Oft werde ich gefragt, was für Einigungen oder Netzwerke bringen. Das ist natürlich immer eine Frage der Betrachtung. Viele Verkäufer gehen nur auf Netzwerkveranstaltungen, um schnell anhauen, umhauen, abhauen, Visitenkarten einzusammeln, um danach zu akquirieren. Wenn das doch deine Einstellung ist, wirst du natürlich in Netzwerken nicht besonders erfolgreich sein. Zum Beispiel ein Netzwerk, was ich sehr gerne nutze und seit über 20 Jahren jetzt Mitglied bin, ist der Club55. Experten in Marketing und Sales. Wir treffen uns immer die zweite Juni-Woche jedes Jahr, fünf Tage und mieten Netzwerken, halten Vorträge, müssen uns immer wieder neu beweisen und haben tolle Gäste wie zum Beispiel dieses Jahr Thoman oder Fischer von Fischerdübeln oder Reinhold Würth oder Dietrich Mattischitz. Die bekommen von uns Preise für besondere Marketing und Sales-Leistungen. Wichtig ist bei Netzwerken, dass du was einbringst. Hier gilt die Regel 70-20-10. 70% beschäftigst du dich mit den anderen und hörst mal, was die machen, was die können und ziehst daraus deine Schlüsse, wer vielleicht mit dir hochgepackt Marketing betreiben kann. Also, wer eine Zielgruppe hat, die für dich interessant ist, wo du einen Mehrwert bieten kannst. 20% erzählst du über dich, weil wir neigen ja gerne als Führungskraft und Verkäufer dazu. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Das rutscht manchmal in uns raus, weil wir so verliebt sind in unsere Produkte und Dienstleistungen. Und 10% sind dafür da, dann an der richtigen Stelle mal um Hilfe zu bitten. So habe ich schon tolle Freundschaften in diesem Club 55 gefunden und tolle Ideen sind daraus entstanden. Damals mal die Sales-Leaders und viele andere gemeinschaftliche Aktionen. Ein Buch ist entstanden, der Marketing & Sales Code, also den Sales Code haben wir schon, Marketing Code kommt jetzt mit 55 Experten. Entscheidend ist nochmal, dass du gemeinsam beim Teilen immer weiterkommst. Wichtig beim Netzwerk und bei den Vereinigungen, die du raussuchst, ist, dass beide Seiten was davon haben. Wenn du nur was rausziehen willst, wird es langfristig nicht funktionieren. Und deswegen, dieses Jahr waren wir in Marbella, ja, Rockstars haben auch immer ein Motto, Tage wie diesen gehabt und das war richtig klasse. Also, probier Dinge für dich aus, schau, wo sitzen Verkäuferinnen, Verkäufer, Führungskräfte und Managerinnen, wo du sagst, von denen kann ich profitieren, denen kann ich auch was bringen und teste, was für dich gut ist. Und dann entscheide. Wichtig ist zusätzlich, dass du aus deinem, wie es so schön heißt, Tellerrand hinauskommst und auch mal in andere Netzwerke reingehst, in andere Branchen, in andere Themen vielleicht, die noch nicht deine sind, um zu wachsen. Denn gerade wachsen in Netzwerken, neue Ideen sich holen, sensationell. Ich war dieses Jahr zum Beispiel Sprecher bei den Wirtschaftsjunioren. Ich habe selten so ein tolles Netzwerk kennengelernt von Jungunternehmern, die sich gegenseitig gestützt haben, toll Party miteinander gemacht haben und dadurch viel Geschäft miteinander machen. Also schau, was für dich das passende ist. Denk daran, geben ist seliger wie nehmen. Such dir die richtigen Netzwerke. Probier das Ding aus und schau, wo du dich heute noch besser vernetzen kannst. Und nicht nur im World Wide Web, wie es so schön heißt, über Social Media in den Kanälen, sondern nach wie vor auch auf analogen Veranstaltungen, Auge in Auge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Dezember, einen schönen Restmonat und denk dran, zwischen den Jahren dich hinzusetzen und deine Ziele für nächstes Jahr aufzuschreiben, dein Jahr zu planen. Solltest du dazu noch einen tollen Zielplaner brauchen, den haben wir für nächstes Jahr gemacht. Diesmal auch mit Terminfunktion. Du kannst ihn also auch ganz normal als Terminkalender nutzen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch. Bis dahin, eine gute Zeit. Euer Martin Lindbeck. Wir haben viel vor. Beobachtet uns weiter und bleibt an uns dran.